hallo eine weitere folge animation throwdown mit mir dem herrn gleich und nehmen wir dem herrn sofort so hier haben wir kämpfen gegen tight free da oben haben wir die dranken so also das haben wir auf jeden fall gewonnen weil du was weil du das spiel auf deutschland nicht auf englisch hast du nicht das recht was auf englisch zu sagen mama lade wir haben jetzt hier bob und eine kabellose audio transmitter den wollte ich sowieso erforscht haben also was will heute was zehn matches du gewinnen so aber das kann er schafft es auch wirklich jede folge zu nerven ehrlich war jede folge zu nerven folge so also soll ich jetzt mal schauen ob ich hier noch irgendwie so macht es sinn irgend jetzt irgendeine drunk karte in drei karte in zufügen text text englisch counter 1 1 leute aber so ist ein deutsches wort das darf ich ja wohl sagen auch wenn wir das im englischen sagen so also wenn aber denn hier auf der angriffsinsel greife ich mal auf der angriffsinsel an jetzt muss ich leute ich muss jetzt versuchen ja alles auf deutsch zu sagen wird schwierig am besten halt jetzt einfach klappt nein du musst kommentieren das ist jetzt kämpfen wir gegen josek 101 1 los gegen josek 101 1 ja und zwölffach aber bei 23 fach ist das ist aber grace rauscht und die rauscht mal scheiße liegt jetzt aber die karte weg das war jetzt dann vielleicht doch nicht so gut diese mit zwölffach okay das ist alles klar aber macht mir jetzt mal erst mal gar nichts aus lass mal überlegen wir machen jetzt erstmal hier hinten den peter hin falsch was denn den peter ach geh voll und drei bei fünf mal englisch counter müsst ihr unten die kommentare schreiben hashtag gelich ja du nervst du auch das war mir jetzt ein bisschen zu riskant der oben hat ja eigentlich auch okay dann machen wir es einfach mal so wir greifen jetzt mal so alter jetzt verlier ich dieses erste match oder was ich verliere den ersten krampf nein ich verliere den ersten krampf das habe ich jetzt das erste mal gesagt so okay also das war jetzt nicht schön da habe ich nicht wirklich aufgepasst okay yes we can das steht aber ich kann ich sagen jetzt geht kann okay dann sage ich jetzt geht kann der okay gegen jesw kahn von titel free so und das werde ich jetzt mit sicherheit gewinnen weil diesmal kann er mich nicht stoppen ich bin immer noch der meinung dass match ein deutsches auch als deutsches wort nein und das andere war der einfach der name der karte so also das hier ist bald tatsa bald tatsa so und bei bald tatsa spiele ich jetzt einen betrunken im klamm leute es hört sich total bescheuert an muss ich ganz ehrlich sagen aber macht mir keine vorwürfe ich muss das jetzt hier tun weil der herr sofort mich sonst die ganze zeit ärgert so dann machen wir jetzt hier mal die dattina jedes mal da vorne hin so dann machen wir jetzt hier den bobby mal hin jetzt bin ich schon mal das erste mal durch jetzt kann ich wenigstens hier von der seite noch mit angreifen heilig heilige heilig habe ich gesagt heilig heiliger bambinerus warum leute alle hechte gelich und die kontare heilig heilige strohsack ja das wo ja also wenn wir langsam die englischen wörter ausgehen dann muss ich eben auch so ganze und diese absolute holies zurückhafen heiliger strohsack was habe ich alles auf englisch gesagt kann ich dir nicht alles auf die süße herr kannst du löschen weil du weißt du nicht gar nicht was ich gesagt habe so leute alles der wild tuber der wild tuber von titel wie die de frae so viel brytina free tide free tide free tide free mann ich lasse es jetzt beweisen so und ein mal hier greifen lass mal überlegen lass mal überlegen hier könnte ich wenigstens erstens heilt er sich selbst wieder das ist natürlich eine gute möglichkeit jetzt zu attackieren und jetzt mich einfach mal ein bisschen jetzt bin ich aber durch jetzt bin ich durch und jetzt können wir noch achtfach alles ich habe es richtig ich habe es richtig auf doch achtfach alle leben du musst übrigens weil du musst übrigens heute das ist die voraussetzung ja das habe ich mache ich ja die ganze zeit ich krampf mir schon ein ab jetzt das was jetzt du das geilste ja ich habe ja draußen das wetter ist sehr schön scheint die sonne den togabill den hat auch schon ewigkeiten nicht mehr gespielt da kommst du nicht mehr durch mein freund so auch wenn ich jetzt den togabill dafür haben ich über den heiß der kleine städter das steht da pass auf der städter den den es haben sie dann das steht das ist egal nein da kann sich dafür du müsstest es übersetzen der hochschule ja da kann ich nicht warum ist es egal ich kann doch nichts dafür muss du musst hochschulen bild sagen so und schon wieder jetzt weht kam jetzt ja das steht ja das kann ich habe es auf deutsch aus das heißt ja auch nicht y a a k a y arschloch kind sondern das heißt jak und jetzt soll ich sagen der reaper der reaper 17 den peter und jetzt den 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 skulpturen und jetzt die tina und jetzt mache ich die schlimme tina so und jetzt nur 22 jetzt wird es eng aber das nein das habe ich gewonnen weil die schlimme tina und es unter und der skulpturen peter die haben jetzt da vorne aufgeräumt der kann auch so eine bescheuerte challenge gegen josek gegen josek habe ich vorhin im ersten match verloren jetzt diesmal passiert mir das nicht noch mal so natürlich jetzt hier ja aber ich kann mit dem hasenkostüm und dem roger wie heißt die da ja die heißt aber wirklich dass das kann ich jetzt auch so sagen ruby zelda stein so ruby zelda stein steht da so und fange ich dann den zuerst den wie heißt er den langen stein mit schaden den langen stadt mit scharfen stein so und jetzt würde ich eigentlich gerne das spielen aber es hindert mich der roger wobei der roger wird die karte jetzt nicht down bekommen dann kann ich schon noch den betrunken im klamm spielen leute ich weiß es hört sich mir doch darum bekommen das hört sich jetzt bescheuert an aber ja wir machen den käse mal so und jetzt dahinten eine ich möchte diese karte jetzt nicht aussprechen ja ist die ohne art blase ohne art blase ohne art blase die unartige blase mag sowas so gerne wenn du dich einfach so blamierst wieso blamier ich mich habe ich gar nicht ich habe mich voll zusammengerissen ich habe es hinbekommen du hast keine ahnung so dann haben wir hier den skunk bärt damit was kommt den stinktier das kommt der stutt stinktier wie heißen der da oben ja der heißt so wie es da steht der bände der heißt der heißt nein der heißt wenn man das deutsch ausspricht heißt das finde so reflektionen ich habe sich ausgesprochen reflektionen habe ich nicht nein das zählt nicht so ich habe reflektionen gesagt das stimmt hier ist ja auch da der zweite bild daut so was mich doch mal denkt der artist roger wie heißt der artige übrigens bei dem film real humans hieß der auch roger ich schätze ja die haben den roger genannt und nicht und also nicht so wie wie man es jetzt normal aussprechen würde wenn man es auf englisch sagen tät totentäter so der roger hast du victory gold ja ich habe halt beim ersten menschen nicht aufgepasst verdammt merde das ist französisch was nicht so ist nicht da weil du auch so gerne französisch ja wunderbar ich mag ja ich brauche auch so gehen ja so also dann haben wir den mason 1 den mason den mason mason 1 wenn uns das wenn uns irgendjemand irgendein englischer das video schaut der denkt die haben einen totalen dachschaden die können ja überhaupt nicht so super also alle alle englischen alle englischen schauern denken sich was sind das für idioten das hat sich jetzt viel besser angehört als wenn ich deutsches englisch spreche wahnsinn ich habe weiße englisch als du wo dann zählen und nix und auch wieder so jetzt rede aber total am rät ja natürlich ob er der wildtuber wir heißen der eigentlich der charakter von dem das ist ja ja wie heißt der der ricky sparen ich habe nicht ricky gesagt ich habe ricky gesagt ricky sparen ich sowas ja jetzt sind die beiden karten da unten one artig wie heißt der moderne tanzkunst pop pop moderne sprechgesang pop und das erste und das erste unartige unartige blase und das letzte dieses knife da das messer da wie heißt das das ist das messer die messer haltende robbe so und das match haben wir jetzt auch noch gewonnen sorry leute das erste match verloren habe ich habe einfach mal ja ich schäme mich total war mega peinlich sechs mal leute sechs mal hat er gleich ein englisches wort gesagt so alle neun alle leute schreibt hashtag g die kommentare wird mich auf jeden fall sehr freundlich auch gell ja 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 okay 43 gegen 30 gegen wie viel haben wir momentan 49 einer fehlt noch eine fehlt noch dann war es das so dieser folge wahnsinnig wenn es nicht gewonnen hat das ist ein abonnen kommentare abonnen bis dann tschüss macht's gut bis dann tschüss